Sie sind hier, 20. Dezember 2018, 12.34 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Jens Hegeler M. spielte seit Januar 2017 für Bristol City Urheberrecht Getty Images Das Abenteuer England ist für den ehemaligen Bundesliga-Profil Jens Hegeler vorerst beendet. Nach vielen Verletzungen verlässt der Zweitligist Bristol City. Der frühe Bundesliga-Profil Jens Hegeler ist von Bristol City freigestellt worden. Wie der englische Zweitligist mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Grund dafür waren die anhaltenden Verletzungen des 30-Jährigen, der seit seinem Wechsel im Januar 2017 nur 22 Spiele, 1 Tore, für die Orabins bestritten hat. Bristol-Trainer Johnson lobt Hegeler Jens war hier vom ersten Tag eine großartige Persönlichkeit, sagte Bristol's Coach Leigh Johnson der Club Homepage über den Ex-Profi von Bayer Leverkusen und Hertha BSC. Er ist ein hochintelligenter Fußballer und Mensch. Ich denke, er wird eine Auszeit vom Fußball nehmen und sich auf seine Fußball-Analyse-Firma konzentrieren. Der gebürtige Kölner Hegeler entwickelte zusammen mit Ex-Nationalspieler Stefan Reinhertz die Analyse-Methode Packing und gründeten dafür die Impact GmbH. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr Mehr